Genghis Khan, 1162 bis 1227. Kalter Wind fegt über die weiten Steppen Zentralasiens. Die Stammesfürsten der Mongolen haben sich zum Huraltai, ihrer feierlichen Versammlung, zusammengefunden. Lange haben die mongolischen Clans blutige Fäden untereinander ausgetragen. Jetzt soll einer der Iren zum obersten Anführer bestimmt werden, ein Großkahn, der das Steppenvolk vereinen kann, ein Heerführer, der die Feinde der Mongolen zu besiegen versteht. Die Wahl der Stammesfürsten fällt auf den gut 40 Jahre alten Temüchin. Das ist alles andere als eine Überraschung. Schließlich hat Temüchin bereits mehrere Stämme der Mongolen hinter sich gescharrt und einen siegreichen Feldzug gegen das verfeindete Volk der Tartaren geführt. Es ist das Jahr 1206, als hier am Fluss Onon erstmals der Name erschallt, der wenig später weite Teile der Welt in Angst und Schrecken versetzen wird. Genghis Khan Temüchin ist nun Genghis Khan. Zu deutsch Ozean gleicher Herrscher. Über seine Herkunft und Kindheit fließen Mythos und Wahrheit ineinander. Der Urahn Genghis Khans war ein vom hohen Himmel erzeugter, schicksalserkorener grauer Wolf. Seine Gattin war eine weiße Hirschkuh. Sie kamen über den Tengis-See und an der Quelle des Onon-Flusses wählten sie ihren Lagerplatz, wo ihnen ein Kind geboren wurde. Mit diesen Worten beginnt die geheime Geschichte der Mongolen, eine Mischung aus Chronik und Epos, wenige Jahre nach dem Tod des Genghis Khan, von seinem Sohn in Auftrag gegeben. Einzig der Herrscherfamilie war es gestattet, diese Geschichte zu lesen. Genghis Khan, so viel scheint sicher, ist ein Urenkel des legendären Mongolenfürsten Kabul Khan, der bereits um 1140 die Stämme des Nomadenvolkes vorübergehend vereint hatte. Sein Vater, Jesü Gai, ist ebenfalls ein Stammesführer. Als Mann der Steppe und von rauen Sitten hat er seine Ehefrau Hoelun, den Armen ihres frisch angetrauten Bräutigams, entrissen, als er sie zufällig auf einem Jagdzug erblickte. Ihrem erstgeborenen Sohn geben sie den Namen Temütschin, was so viel wie der Eiserne oder der Schmied heißt. Wahrscheinlich ist er erst neun, als Temütschin seinen Vater verliert. Ein verfeindeter Clan der Tartaren hatte ihm Gastfreundschaft vorgegaukelt, in Wahrheit aber Gift in seine Speisen gemischt. Wenig später erliegt der Vater dem heimtückischen Anschlag. Wegen seiner Jugend wird Temütschin nicht als Nachfolger anerkannt. Der Stammesverband zerbricht, da mit dem Vater auch die Hoffnung auf Beute und Ruhm gestorben ist. Der Taichut-Clan zieht mit der Herde davon und überlässt Temütschins Familie ihrem Schicksal. Seiner Mutter gelingt es, ihn und seine fünf Brüder notdürftig zu ernähren, indem sie entlang des Onon-Flusses Beeren und Wurzeln sammelt. Als die Männer des Clans erfahren, dass Temütschin wieder Erwarten in der Steppe überlebt hat, nehmen sie ihn gefangen. Sie legen ihm ein schweres Joch um den Hals, um ihn zu demütigen und seinen Willen zu brechen. Temütschin gelingt es zu fliehen. Seine Tapferkeit verschafft ihm Ansehen unter seinen Altersgenossen und schließlich gelingt es ihm, einige Anhänger um sich zu scharen. In dieser Zeit holt er auch seine Ehefrau Bürte zu sich. Die beiden waren einander versprochen, seit Temütschin neun Jahre alt war. Zwar erleidet Bürte kurz danach das gleiche Schicksal wie ihre Schwiegermutter, sie wird von einem anderen Stamm geraubt, doch nach kurzer Zeit kann Temütschin seine Frau befreien und bald wird ihr erstes Kind geboren. Etwa zwanzig Jahre ist der spätere Genghis Khan nun alt, ein hochgewachsener Mann, breitschultrig, mit stattlicher Muskelkraft. Aus seinem Gesicht blitzen zwei katzengrüne Augen. Temütschins Ziel ist es, den zersprengten Stammesverband seines Vaters wieder hinter sich zu scharen. Er weiß, dass er hierzu einen Schutzherren und Verbündeten braucht und wendet sich an einen engen Freund seines Vaters, den Fürsten des Kerajtsch-Stammes. Seine militärische Karriere beginnt somit als Krieger-Vasal eines benachbarten Stammes, mit dem er den gemeinsamen Feind bekämpft, die in den Randgebieten der mongolischen Steppe lebenden Tataren. Einerseits legt Temütschin unerbittliche Härte gegenüber seinen Feinden an den Tag, andererseits beweist er diplomatisches Geschick, wenn es um das Schmieden von Bündnissen geht. So gelingt es ihm nach und nach, seine Gegner auszuschalten und seinen Machtbereich ständig auszuweiten. Von allen Seiten schließen sich ihm Männer an, die sich seinem Befehl unterstellen. Der unaufhaltsame Aufstieg des Temütschin zum Genghis Khan hat begonnen. Im Jahr 1201 gelingt Temütschin der Sieg über seinen schärfsten Rivalen unter den Mongolen, Djamutia, mit dem er sogar in Blutsbruderschaft verbunden ist. In den folgenden Jahren besiegt er endgültig die Tataren und unterwirft andere benachbarte Völker, darunter den Kerajtsch-Stamm, mit dem er sich ja anfänglich verbündet hatte. Damit ist es Temütschin gelungen, die Stämme der mongolischen Steppe zu vereinen. Mit der Ausrufung zum Genghis Khan erkennen ihn alle Stammesfürsten auch offiziell als ihren obersten Anführer an. Er gebietet nun über ein 100.000 Mann starkes Heer. Noch beschränkt sich sein Machtbereich auf die mongolische Steppe, die sich von den Nadelwäldern der Taiga im Norden bis zu den zentralasiatischen Wüsten im Süden erstreckt. Im Westen grenzt das Herrschaftsgebiet der Mongolen an mächtige islamische Reiche, im Osten an die jahrtausendealte chinesische Zivilisation. Zügig baut Genghis Khan ein straff organisiertes, zentral ausgerichtetes Staatswesen auf, das die alten Stammesverbände und Clans ablösen soll. Nicht nach Herkunft, sondern nach Verdienst und Leistung belohnt er seine Gefolgsleute. Dass nun jeder in den Genuß einflussreicher Stellungen und hohen Ansehens kommen kann, ist ein zusätzlicher Ansporn für die mongolischen Krieger. Das Volk schätzt seine Ehrlichkeit, seine Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Im Gegenzug erwartet der mongolen Kaiser unbedingte Treue und Loyalität. In Peking residiert der goldene Kaiser des nordchinesischen Qin-Reiches. Dessen Tributpflichtiger Vasall ist das mongolische Volk. Doch das soll sich schon bald ändern. Genghis Khan fühlt sich mächtig genug, seine Vasallenrolle aufzukündigen. Als ein chinesischer Prinz erscheint, um den jährlichen Tribut einzuziehen, schickt ihn Genghis Khan unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Das Verhältnis zwischen Chinesen und Mongolen wird immer feindseliger, zumal der zurückgewiesene Prinz einige Jahre später den chinesischen Kaisertron besteigt. Im Jahr 1211 kommt es schließlich zum offenen Kampf. Das Reich der Chinesen ist wohlhabend und geprägt von einer hochentwickelten Kultur. Seine Menschen betreiben Ackerbau und Handwerk, viele leben in befestigten Städten. Die Mächtigen wohnen in prächtigen Palästen. Angelockt von diesen Reichtümern fallen seit Jahrhunderten kriegerische Nomadenstämme auf Raubzügen in China ein. Mit dem Bau der großen Mauer wollen die Chinesen ihr Reich vor den in ihren Augen barbarischen Horden schützen. Für Genghis Khan und die Seinen stellt die große Mauer jedoch kein bedeutendes Hindernis dar. Das mongolische Reiterheer durchbricht die Mauer und überrennt in der Folge Stadt um Stadt. Im Jahr 1215 nehmen sie schließlich die Hauptstadt Peking ein und stoßen sogar bis nach Korea vor. Auf seinem Kriegszug in Osten geht Genghis Khan in jeder Schlacht als Sieger vom Feld. Das wird auch für seine späteren Eroberungen gelten. Dabei sehen sich die Mongolen Nationen und Truppen gegenüber, die ihnen zahlenmäßig oft weit überlegen sind. Genghis Khan selbst bringt wahrscheinlich nie mehr als 200.000 Mann in Kampfbereitschaft. Woher kommt also die Überlegenheit der Steppenreiter? Wieso erweisen sich die Truppen des Genghis Khan als unbesiegler? Berittene Bogenschützen sind die gefürchtetste Waffe des mongolischen Heeres. Reiter und Pferde sind gleichermaßen ausdauernd. Die Steppenkrieger können sich einen Tag und eine Nacht im Sattel halten. Ihre Pferde kommen drei Tage ohne Wasser aus und finden auch in den unwirklichsten Gegenden noch etwas zu fressen. Die meisten Soldaten führen zwei Bögen mit sich. Mit dem einen sorgen sie aus der Ferne für einen Pfeilhagel, der, wie Chronisten berichten, den Himmel über dem Schlachtfeld verdunkelt. Der andere Bogen zerschlägt auf kurze Distanz jede Panzerung. Hinzu kommt eine mit langen Lanzen ausgerüstete, schwere Kavalerie. Zu ihrem Schutz tragen die Soldaten des Genghis Khan einen gehärteten Brustharnisch aus Leder und mehrere Schichten Seide. Anders als bei eisernen Rüstungen sind so weder Blick noch Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Jeder Soldat trägt alles bei sich, was er braucht. Ein enormer logistischer Vorteil für Genghis Khan. waren doch seine Gegner bei der Versorgung ihrer Truppen auf die Unterstützung nahegelegener Städte angewiesen. Das mongolische Reiterheer ist alles andere als eine wilde Horde, sondern straff durchorganisiert. Die Truppen sind in Einheiten zu zehn, hunderttausend und zehntausend Mann gegliedert, ohne Rücksicht auf die Stammeszugehörigkeit des Einzelnen. Angeführt werden sie von Offizieren, die Genghis Khan selbst ernannt hat. So sind Alleingänge von Stammesfürsten ausgeschlossen. Neue Truppenteile können leicht integriert werden. Aus hundert besonders bewährten Berufssoldaten bildet er eine Art Generalstab, der ihn bei der Planung der Feldzüge unterstützt. Ziel der Mongolen ist es stets, die feindliche Schlachtordnung vor einem Angriff aufzulösen, sei es durch eine schnelle Abfolge von Attacke und Rückzug oder das Vortäuschen einer Flucht. Überhaupt versteht es Genghis Khan, Kriegslisten geschickt einzusetzen, wobei ihm alle Mittel recht sind, wenn sie nur zum Sieg führen. Als er einmal die Stadt Wolohei belagert, verspricht er den Abzug. Er erbittet sich als Kriegsbeute lediglich Katzen und Schwalben. Kaum haben die Mongolen die Tiere erhalten, zünden sie diese an und jagen sie zurück in die Stadt. Wolohei brennt nieder und kann von den Mongolen leicht genommen werden. Gegenüber den Islamischen Reichen des Westens betreibt Genghis Khan lange Zeit eine freundliche Politik, da er durch seine Berater und Kaufleute um deren wirtschaftliche und militärische Stärke weiß. So kommt es zu einem Aufblühen des Handels. Endlose Karawanen mit wertvollen Gütern ziehen über die Steppen und Gebirgszüge. Am bedeutendsten ist das Reich der Charismia, das sich vom heutigen Afghanistan bis in den Iran erstreckt. Im Jahre 1218 schickt Genghis Khan eine hochkarätig besetzte Gesandtschaft, um das friedliche Verhältnis mit den Charismian zu pflegen. Die Mongolen führen wertvolle Geschenke mit sich. Am Hof des Schah werden sie zunächst gebührend empfangen. Doch bereits in der zweiten Nacht ihres Besuchs geschieht etwas bis heute Unerklärliches. Die mongolischen Gesandten werden ausgeplündert und bis auf den letzten Mann ermordet. Als Genghis Khan die Nachricht erhält, ist er außer sich verwut. Seine Politik der guten Nachbarschaft und offenen Tür ist gescheitert. Nun holt er zum Gegenschlag aus. Auf einer großen Versammlung der Mongolen wird der Feldzug gegen die Charismia beschlossen. Mehr als ein halbes Jahrzehnt wird der Feldzug gegen die islamischen Reiche dauern. Die Mongolen sind gezwungen, Städte mit mächtigen Befestigungsanlagen einzunehmen. Für die Steppenreiter eine große Herausforderung. Und dennoch fällt eine Stadt nach der anderen in die Hände der Mongolen. Nicht wenige kampflos. Denn gezielt schneiden die Truppen des Genghis Khan die Städte von der Versorgung mit Lebensmitteln ab. Bei der Erstürmung von befestigten Städten können die Mongolen auf Angriffsmaschinen und Schwarzpulver zurückgreifen. Ingenieuren aus dem eroberten China sei Dank. Überlieferungen wie die folgende zeigen, dass Genghis Khan ganz bewusst Terror als Mittel der psychologischen Kriegsführung einsetzt. Er selbst ist es, der die Eroberung der bedeutenden Handelsstadt Bukhara anführt. Voller Panik fliehen die überlebenden Bewohner in die große Moschee der Stadt. Dicht gedrängt harren sie zitternd auf ihr Schicksal. Da baut sich Genghis Khan hoch zu Ross vor ihnen auf. Eine tödliche Stille macht sich breit, als Seine Rolle als Geißel Gottes, das grausame Schicksal der Völker, die es gewagt hatten, sich ihm zu widersetzen, all das soll bei seinen Feinden Angst und Schrecken auslösen. Die Botschaft ist klar. Sich unterwerfen oder sterben. Bald ist der Widerstand der muslimischen Reiche gebrochen und das mongolische Heer zieht weiter nach Westen. Teile der Truppen des Genghis Kahn überqueren die Pässe des Kaukasus und erreichen die Steppen im Süden Russlands. Europa. Im Jahre 1223 vernichten die mongolischen Reiter am Kalka-Fluss ein russisches Heer. Dann ziehen sie sich aber wieder zurück. Der eigentliche Mongolensturm auf Europa wird erst die Nachfolger Genghis Kahn bis vor die Tore Wiens führen. Die Eroberungen des Genghis Kahn sind wohl weniger Umsetzung einer überlegten von langer Hand geplanten Strategie, sondern Folge vermeintlicher politischer Notwendigkeiten. Doch der Mongolenkaiser handelt klug und versteht es, die Ereignisse für sich zu nutzen. Seinen Erfolg verdankt er der strengen Disziplin seiner Truppen und seiner berechnenden Grausamkeit ebenso wie seiner Listigkeit und seiner Fähigkeit treue Gefolgschaft zu gewinnen und zu erhalten. Nicht nur als Feldherr, auch als Staatsmann stellt er seine Fähigkeiten unter Beweis. Er ist entschlossen und zielstrebig, jedoch nicht starrköpfig und in religiösen Dingen sehr tolerant. Genghis Kahn schätzt den Rat anderer gleich welcher Herkunft. Eine tragende Rolle spielen von Anfang an die Uiguren. Um ihrer drohenden Unterwerfung zuvor zu kommen, hatte sich der hochentwickelte Kleinstaat früh Genghis Kahn angeschlossen und den Mongolen damit ein gewaltiges Reservoir an staatlichem, militärischem und religiösem Wissen eröffnet. Später nehmen auch Beamte chinesischer oder muslimischer Herkunft Spitzenpositionen ein. Genghis Kahn weiß, er braucht deren Wissen und Erfahrung für den Aufbau und die Festigung der mongolischen Macht. Ab 1220 hat das Mongolenreich auch eine befestigte Hauptstadt Karakorum übersetzt Schwarzer Sand. So gut organisiert Genghis Kahn sein Reich, dass es noch eine Generation später heißt, ein Reisender könne ohne Gefahr das riesige Reich vom einen bis zum anderen Ende durchqueren. Im Jahr 1227 stürzt Genghis Kahn bei einem Reitunfall vom Pferd. Ein paar Tage später, es ist vermutlich der 18. August, erliegt er den schweren inneren Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hat. Sein Bestattungsort in der mongolischen Steppe wird von den Pferden von tausend Reitern eingeebnet. Bis heute wurde die Grabstätte des großen Genghis Kahn nicht gefunden. In der Erinnerung der besiegten Völker steht der Name Genghis Kahn für einen grausamen Eroberer. Die Mongolen dagegen verehren ihn bis heute als Einiger der Nation und als Friedensstifter. Als Genghis Kahn stirbt, erstreckt sich sein Reich vom chinesischen Meer im Osten bis zum Kaspischen Meer im Westen, ein Gebiet doppelt so groß wie das heutige China. Es ist das größte Reich, das je ein einzelner Mann in der Spanne seines Lebens erobert hat. Jeanne d'Arc 1412 bis 1431 Rom 16. Mai 1920 Unzählige, vor allem französische Gläubige haben sich im Petersdom versammelt, um der feierlichen Heiligsprechung von Jeanne d'Arc durch Papst Benedikt XV beizuwohnen. Das Mädchen hatte während des Hundertjährigen Krieges Stimmen heiliger empfangen und schließlich zum Sieg der Franzosen über die Engländer beigetragen. Von der Inquisition 1431 zu Unrecht zum Tode verurteilt, gilt dieser Festakt Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Schuldeingeständnis der katholischen Kirche. 1412 wird Jeanne als Tochter des Bauern Jacques d'Arc und dessen Ehefrau Isabelle in Domremy geboren. Zusammen mit ihren drei älteren Brüdern verlebt das Mädchen eine bescheidene aber zufriedene Kindheit. Jeanne, die von ihren Eltern liebevoll Jeannette genannt wird, gilt als hilfsbereit, fleißig und sehr fromm. Gerne hilft sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit oder hütet Schafe auf einer nahegelegenen Weide. Regelmäßig besucht die Familie Gottesdienste in der kleinen Kapelle, in der Jeanne auch getauft wurde. Erziehung und Ausbildung des Mädchens liegen in den Händen der Mutter. Von ihr lernt sie neben den Grundlagen des katholischen Glaubens auch alles, was zur Führung eines guten Haushalts erforderlich ist. Während Jeans Kindheit tobt in Frankreich der hundertjährige Krieg. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England ist ein Thronfolgestreit. Nach dem Aussterben der Kapetinger, die bis 1328 in Frankreich regierten, erhebt der englische König Edward III Anspruch auf den französischen Thron. Gleichzeitig sieht sich aber Philipp VI als rechtmäßiger Erbe, da er aus einer Nebenlinie der Kapetinger stammt. Zwischen Edward und Philipp kommt es zu Auseinandersetzungen, die 1339 zum Beginn eines Krieges führen, der über Generationen nicht beendet werden kann. Immer wieder finden erbitterte Schlachten auf französischem Boden statt, aus denen die Engländer fast jedes Mal als Sieger hervorgehen, wodurch sich ihr Machtbereich auf dem Festland stetig vergrößert. Nach mehreren Machtwechseln scheinen die Engländer Frankreich 1420 endgültig in ihren Händen zu haben. Der letzte bedeutende französische König Karl V. war tot und sein Sohn Karl VI. galt schon seit seiner Kindheit als schwachsinnig. So ist es für König Heinrich V. von England ein leichtes Karl VI. davon zu überzeugen, seinen Sohn Karl VII. als illegitim erklären zu lassen und den Engländern somit endgültig die Herrschaft über den größten Teil Frankreichs zu übergeben. In Jeans Heimat Domremy spielt der Krieg keine allzu große Rolle. Zwar kommt es ein, zweimal vor, dass englische Truppen in den kleinen Ort im Lothringer Wald einfallen und die Bevölkerung flüchten muss, aufgrund seiner Bedeutungslosigkeit ist Domremy aber niemals Zentrum des Kriegsgeschehens. Erst als klar wird, dass Frankreich den Krieg der rechtmäßige Erbe Karl VII. keine Möglichkeit hat, den französischen Thron zu besteigen, rührt sich in Jeans Heimatdorf ein neuer Patriotismus, von dem auch das Mädchen ergriffen wird. Tief in ihrem Glauben verwurzelt betet die kleine Jeanne für die Befreiung Frankreichs und ist felsenfest davon überzeugt, dass trotz aller Aussichtslosigkeit die Gerechtigkeit siegen werde. Als Jeanne 13 Jahre alt ist, hat sie ihre erste Erscheinung. Sie hört die Stimme des Erzengels Michael. Die Stimme kam ungefähr zur Mittagszeit. Im Sommer, im Garten meines Vaters, erzählt sie später. Die Stimme erschien mir erhaben und ich glaubte, dass sie von Gott geschickt war. Und nachdem ich sie dreimal gehört hatte, erkannte ich, dass es die Stimme eines Engels war. Diese Stimme hat mich immer geleitet und ich habe sie immer gut verstanden. Sie hat mir gesagt, dass ich mich gut zu führen und oft in die Kirche zu gehen habe. Von nun an hört Jeanne regelmäßig stimmen. Neben dem Erzengel Michael erscheinen ihr auch die heilige Katharina und die heilige Margareta. Immer wieder wird sie in ihren Visionen dazu aufgefordert, für Frankreich zu kämpfen. Beinahe unerträglich wird die Häufigkeit und Intensität der Erscheinungen, als die Engländer im Herbst 1428 Orléans, die letzte bedeutende französische Bastion, belagern und sich die Lage Karls des Siebten dramatisch zuspitzt. Die Stimme sagte mir, dass ich nicht länger bleiben könne, wo ich war und dass ich die Belagerung der Stadt Orléans aufheben müsse, erklärte Jeanne ihren Entschluß für Frankreich in den Krieg zu ziehen. Die Stimme befahl mir außerdem zu Robert de Baudricourt in die Festung Vaucouleur zu gehen, deren Stadtkommandeur er war. Er würde mir Leute geben, die mit mir gingen. Ich antwortete, dass ich ein armes Mädchen sei, das weder verstünde, ein Schlachtroß zu lenken, noch Krieg zu führen. Doch der Glaube an Gott und an die Unterstützung der Engel und Heiligen ist stärker als jede Furcht. Im Dezember 1428 reist sie zu einem Vetter ihrer Mutter, um dessen Frau im Wochenbett zu pflegen. Buret Le Petit, Vaucouleur entfernt, der Stadt, in der Jeanne ihren Visionen zufolge Unterstützung des Stadtkommandeurs erhalten soll. Doch die Begegnung mit eben diesem Robert de Baudricourt ist ernüchternd. Schroff wird das junge Mädchen abgewiesen. Anstelle der erhofften Unterstützung wird ihr eine Tracht Prügel angedroht, sollte sie es nochmals wagen, sich einen Besuch des Stadtkommandeurs anzumaßen. Aber Jeanne gibt nicht auf. Nichts und niemand kann sie von ihrem Vorhaben abbringen. Im Januar 1429 geht sie erneut nach Vaucouleur. In der Zwischenzeit hat der Robert de Baudricourt Erkundigungen über das seltsame Mädchen einholen lassen und dabei in ihrem Heimatort Domremy von ihren Visionen erfahren. Argwöhnisch wird Jeanne deshalb während ihres Aufenthalts in Vaucouleur beobachtet. Steckt der Teufel in diesem Mädchen? Ist sie eine Ketzerin, die sich für eine Gesandte Gottes hält? Oder ist sie gar irrsinnig? An ihrem Verhalten sind jedoch keine Auffälligkeiten erkennbar. Jeanne besucht die Heilige Messe und legt regelmäßig die Beichte ab. Sie scheint weder vom Bösen besessen noch geistig verwirrt zu sein. Robert de Baudricourt bleibt dennoch skeptisch. Erst als ein Priester nach einer Beschwörung des Mädchens bestätigt, dass keine bösen Mächte von ihr Besitz ergriffen haben, willigt der Stadtkommandeur zu bringen und stattet Jeanne Dark mit einem Pferd, einem Schwert und auf ihr ausdrückliches Verlangen hin mit Männerkleidung aus. Mit einer Eskorte von sechs Reitern macht sich das Mädchen auf den Weg zu Karl, der sich zu dieser Zeit in etwa 500 Kilometer entfernten Chinon aufhält. Die Reise ist hart und beschwerlich. Ständig müssen Jeanne und ihre Begleiter auf der Hut vor feindlichen Soldaten sein. Pferde mit Lumpen umwickelt, um möglichst wenig Geräusche zu machen. Geschlafen wird tagsüber in kalten feuchten Höhlen, auf klammem Lehmboden oder in Scheunen. Doch trotz aller Unwegsamkeiten bleibt Jeanne zuversichtlich. Fürchtet nichts, macht das Mädchen ihren kampferbroten Begleitern Mut, ich führe aus, was mir befohlen ist, und meine Heiligen sagen mir, was ich tun soll. Als sie schließlich Chinon erreichen, ist der Weg zu Karl dem Siebten zunächst versperrt. Der hohe Rat hat darüber zu befinden, ob das seltsame Mädchen vorgelassen wird oder nicht. Das ungewöhnliche Äußere, Jeanne trägt noch immer Männerkleider und hat für die damalige Zeit nahezu skandalös kurze Haare, erleichtern die Entscheidung der Ratsmitglieder nicht gerade. Mehrere Befragungen finden statt, ehe Jeanne schließlich zu einer öffentlichen Audienz zugelassen wird. Rund 300 Edelleute sind im Schlosssaal versammelt, als Jeanne vor Karl den Siebten tritt. Darüber, wie sie ihren Besuch begründet, sind unterschiedliche Aussagen überliefert. Einig sind sich jedoch alle Quellen darin, dass Jeanne mehrmals betont, dass Karl der Siebte der wahre König Frankreich sei und dass er mit ihrer Hilfe seinen rechtmäßigen Thron besteigen könne. Was danach geschieht, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass Karl der Siebte dem Mädchen nicht abgeneigt ist und ihr deshalb eine Unterkunft in Chinon anbietet. In den folgenden Wochen wird Jeanne mehrmals von verschiedenen hochgestellten Persönlichkeiten und Geistlichen befragt und verschiedenen Prüfungen unterzogen. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob das Mädchen wirklich Weisungen Gottes erhält. Schließlich wird Jeanne ungeduldig. Sie befürchtet, durch die ewigen Befragungen zu viel Zeit zu verlieren. Auf die Aufforderung, ein Zeichen zu tun, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, antwortet sie impulsiv, im Namen Gottes, ich bin nicht hierhergekommen, um Zeichen zu tun, aber führt mich nach Orléans, dort werde ich euch die Zeichen weisen, deren Wegen ich gesandt bin. Doch damit geben sich die Geistlichen nicht zufrieden. Um ganz sicher zu sein, dass Jeanne Dark auf keinen Fall vom Teufel besessen sein kann, muss sie sich auf ihre Jungfräulichkeit untersuchen lassen. Dem Glauben jener Zeit zufolge waren nur Jungfrauen sicher vor dem Teufel gefeit. Als auch diese Untersuchung zu Jeannes Vorteil ausfällt, geben die Geistlichen schließlich ein positives Urteil über das Mädchen ab. In ihr war nichts Böses zu finden, heißt es darin, nur Gutes, Demut, Jungfräulichkeit, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Über ihre Geburt und ihr Leben haben sich verschiedene als wunderbar berichtete Dinge als wahr erwiesen. Schließlich raten sie Karl VII., das Mädchen mit einem Heer nach Orléans ziehen zu lassen. Doch bevor Jeanne endlich in den Krieg ziehen darf, wird sie mit einer vollständigen Ritterrüstung, mit einem weißen Panzer, einem Banner mit dem Bildnis Gottes und mit einem Schwert ausgestattet. Was dann geschieht, ist ungewiss. Die Legende besagt, dass Jeanne, die sich ab diesem Zeitpunkt Jungfrau von Orléans nennt, die Truppen zu einem sicheren Sieg führte. Historisch ist dies jedoch umstritten. Als wahrscheinlicher gilt, dass Jeanne zwar den Feldzug begleitete und die Truppen durch ihren Zuspruch und ihre Siegessicherheit motivierte, als Heerführerin aber eher nicht in Erscheinung trat. Trotzdem war ihre Wirkung auf die Soldaten sehr beeindruckend. Durch die Mauern der Engländer hindurch, die Orléans zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem halben Jahr belagern, gelingt es dem französischen Heerl in die Stadt zu kommen. Mit großem Jubel und großer Freude wird Jeanne dort empfangen. Die Bewohner von Orléans hatten bereits von ihrer göttlichen Weisung erfahren und hoffen, dass die Belagerer mit ihrem Beistand vertrieben werden können. Doch zunächst geschieht nichts. Der Oberbefehlshaber der französischen Truppen wartet auf einen Angriff der Engländer. Doch diese verhalten sich ruhig. Am 7. Mai 1429 starten die Franzosen deshalb einen Angriff. Jeanne, die die Soldaten im Namen Gottes anfeuert, wird dabei schwer verwundet. Doch sie gibt nicht auf. Obwohl sie sich kaum noch auf ihrem Pferd halten kann, feuert sie ihre Soldaten zu einer letzten Attacke an, die schließlich zur Einnahme des englischen Lagers vor Orléans führt. Die Bewohner von Orléans sind außer sich vor Freude. Als die Wächter am nächsten Morgen melden, dass alle Engländer den Rückzug antreten und ihre Stellungen aufgeben, ist Orléans endgültig befreit. Und Jeanne hat in den Augen der Menschen das geforderte Zeichen gegeben. Doch was die Franzosen als göttliche Fügung sehen, gilt bei den Engländern als Teufelswerk. Alles stand gut für uns, bis wir die Belagerung von Orléans begannen, berichtete Anführer der englischen Truppen nach seinem Rückzug. Dort kam ein schwerer Schlag über uns. Meiner Ansicht nach wurde er zum großen Teil durch Aberglauben und blinde Furcht verursacht, die eine Anhängerin und Spionen des Teufels, Jungfrau genannt, die von bösen Beschwörungen und Zauberei Gebrauch machte, erweckte. Eine Einschätzung, die dramatische Folgen haben sollte. Doch zunächst verlässt Jeanne die Stadt Orléans, um sich erneut auf den Weg zu Karl VII. zu machen. Kaum angekommen, bedrängt sie ihn endlich nach Reims zu ziehen und sich dort, so wie es ihre Stimmen vorausgesagt haben, zum König krönen zu lassen. Aber Karl zögert und entscheidet zusammen mit seinem Kronrat zunächst den Loire-Feldzug zu führen, um weitere englische Truppen aus Frankreich zu vertreiben. Auch in diesem Kampf ist Jeanne mit von der Partie. Wie bei der Schlacht um Orléans spornt sie die französischen Soldaten an. Über Wochen kämpfen die Franzosen um die besetzten Gebiete entlang der Loire und können eine Stadt nach der anderen zurück erobern. Am 16. Juli 1429 ist es endlich soweit. Karl VII. zieht feierlich in Reims ein und wird gesalbt und zum König gekrönt. Jeanns zweite Voraussagung ist in Erfüllung gegangen. Bei den Krönungsfeierlichkeiten stehen zwei Personen im Mittelpunkt. Karl, der neue König und die Jungfrau von Orléans. Kurze Zeit später hört Jeann erneut stimmen. Diesmal wird ihr gesagt, dass Karl VII. über Paris regieren soll. Die Stadt befindet sich jedoch in den Händen von Philipp dem Guten von Burgund, den Jeann unverzüglich auffordert, Karl als König anzuerkennen und Paris freizugeben. Doch Philipp denkt gar nicht daran. Heimlich verbündet er sich mit den Engländern. darauf folgenden Schlacht wird Karls Heer empfindlich getroffen und zieht sich nach Saint-Denis zurück. Aber Jeanne hält an ihrer Überzeugung fest. Paris muss für Karl erobert werden. Mit einem neuen Heer zieht sie noch einmal in den Krieg, ihre letzte Kampfhandlung. In der Schlacht wird Jeanne festgenommen. Die Engländer, die sie seit ihrem Auftritt auf dem Schlachtfeld vor Orléans für eine Hexe halten, machen ihr den Prozess. Am 9. Januar 1431 steht das inzwischen 19-jährige Mädchen zum ersten Mal vor dem Richter. Da die Verhandlung nach den Regeln der damals herrschenden Inquisition geführt wird, ist der Ausgang eigentlich schon zu Beginn des Verhörs klar. Immer wieder wird Jeanne zu denselben Themen befragt. Kirche, Glauben, Kindheit, ihre Stimmen, ihre Art, sich zu kleiden und sich in Kampfhandlungen einzumischen, sind dabei die wesentlichen Punkte. Ziel der Richter ist es, das Mädchen in Widersprüche zu verwickeln und sie so der Lüge und des Aberglaubens zu überführen. Doch Jeanne ist wortgewandt und beantwortet alle Fragen standhaft und souverän. Erst als sie gezwungen werden soll, sich dem Urteil der Kirche zu unterwerfen, kommt es zum Eklat. Jeanne besteht darauf, sich nur Gott selbst und nicht der weltlichen Kirche verpflichtet zu fühlen. Mit dieser Aussage ist ihr Schicksal endgültig besiegelt. Im Mai 1431 wird sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Begründet wird das Urteil unter anderem damit, dass sie sich der Ketzerei und des Aufruhrs schuldig gemacht und die Instanz Kirche angezweifelt habe. Als sie am 24. Mai zur Vollstreckung des Urteils geführt wird, bricht Jeanne weinend zusammen. Sie schwört allem, was sie behauptet hat, ab und bittet um ihr Leben. Die Richter erweisen sich gnädig und verzichten auf die Hinrichtung. Aber bereits drei Tage später wird Jeanne rückfällig. Aus schlechtem Gewissen, Gott und die Heiligen verraten zu haben, nimmt sie ihren Schwur vom 24. Mai zurück und beharrt auf der Rechtmäßigkeit ihrer ursprünglichen Aussage. Am 30. Mai 1431 wird sie daraufhin auf dem alten Marktplatz von Rouen verbrannt. Fünf Jahre nach Jeannes Tod erobert Karl VII. Paris zurück, womit sich auch die dritte Weissagung des Mädchens bewahrheitet. Einige Jahre später, 1449 fällt Rouen, die Stadt, in der Jeanne der Prozess gemacht wurde, nach 30 Jahren unter englischer Herrschaft wieder in die Hände der Franzosen. In der Stadt finden sich die Prozessakten, die schließlich dazu führen, dass der Fall neu aufgerollt wird. Am 7. Juli 1456 wird feierlich das neue Urteil über Jeanne d'Arc verkündet. Die Inquisition hatte sich geirrt. Das Mädchen aus Domremy war keine Ketzerin. Sie wurde zu Unrecht hingerichtet. Doch selbst nach dieser Entscheidung hielt sich der Vatikan jahrhundertelang mit einem öffentlichen Bekenntnis zu Jeanne d'Arc zurück. Erst mit der Heiligsprechung am 16. Mai 1920 bestätigt Papst Benedikt XV. das neue Urteil in letzter Instanz. Genghis Kahn 1162 bis 1227 Kalter Wind fegt über die weiten Steppen Zentralasiens. Die Stammesfürsten der Mongolen haben sich zum Huraltai ihrer feierlichen Versammlung zusammengefunden. Lange haben die mongolischen Clans blutige Fäden untereinander ausgetragen. Jetzt soll einer der ihren zum obersten Anführer bestimmt werden. Ein Groß Kahn, der das Steppenvolk vereinen kann. Ein Heerführer, der die Feinde der Mongolen zu besiegen versteht. Die Wahl der Stammesfürsten fällt auf den gut 40 Jahre alten Temüchin. Das ist alles andere als eine Überraschung. Schließlich hat Temüchin bereits mehrere Stämme der Mongolen hinter sich geschart und einen siegreichen Feldzug gegen das verfeindete Volk der Tataren geführt. Es ist das Jahr 1206, als hier am Fluss Onon erstmals der Name erschallt, der wenig später weite Teile der Welt in Angst und Schrecken versetzen wird. Genghis Kahn. Temüchin ist nun Genghis Kahn, zu Deutsch Ozean gleicher Herrscher. Über seine Herkunft und Kindheit fließen Mythos und Wahrheit ineinander. Der Urahn Genghis Kahns war ein vom hohen Himmel erzeugter schicksalserkorener grauer Wolf. Seine Gattin war eine weiße Hirschkuh. Sie kamen über den Tengis See und an der Quelle des Onon Flusses wählten sie ihren Lagerplatz, wo ihnen ein Kind geboren wurde. Mit diesen Worten beginnt die geheime Geschichte der Mongolen, eine Mischung aus Chronik und Epos, wenige Jahre nach dem Tod des Genghis Kahn von seinem Sohn in Auftrag gegeben. Einzig der Herrscherfamilie war es gestattet, diese Geschichte zu lesen. Genghis Kahn, soviel scheint sicher, ist ein Urenkel des legendären Mongolenfürsten Kabul Kahn, der bereits um 1140 die Stämme des Nomadenvolkes vorübergehend vereint hatte. Sein Vater Jesü Gai ist ebenfalls ein Stammesführer. Als Mann der Steppe und von rauen Sitten hat er seine Ehefrau Hoelun den Armen ihres frisch angetrauten Bräutigams entrissen, als er sie zufällig auf einem Jagdzug erblickte. Ihrem erstgeborenen Sohn geben sie den Namen Temütschin, was so viel wie der Eiserne oder der Schmied heißt. Wahrscheinlich ist er erst neun, als Temütschin seinen Vater verliert. Ein verfeindeter Clan der Tataren hatte ihm Gastfreundschaft vorgegaukelt, in Wahrheit aber Gift in seine Speisen gemischt. Wenig später erliegt der Vater dem heimtückischen Anschlag. Wegen seiner Jugend wird Temütschin nicht als Nachfolger anerkannt. Der Stammesverband zerbricht, da mit dem Vater auch die Hoffnung auf Beute und Ruhm gestorben ist. Der Teichut Clan zieht mit der Herde davon und überlässt Temütschins Familie ihrem Schicksal. Seiner Mutter gelingt es ihn und seine fünf Brüder notdürftig zu ernähren, indem sie entlang des Onon-Flusses Beeren und Wurzeln sammelt. Als die Männer des Clans erfahren, dass Temütschin wieder Erwarten in der Steppe überlebt hat, nehmen sie ihn gefangen. Sie legen ihm ein schweres Joch um den Hals, um ihn zu demütigen und seinen Willen zu brechen. Temütschin gelingt es zu fliehen. Seine Tapferkeit verschafft ihm Ansehen unter seinen Altersgenossen und schließlich gelingt es ihm einige Anhänger um sich zu scharen. In dieser Zeit holt er auch seine Ehefrau Bürte zu sich. Die beiden waren einander versprochen, seit Temütschin neun Jahre alt war. Zwar erleidet Bürte kurz danach das gleiche Schicksal wie ihre Schwiegermutter, sie wird von einem anderen Stamm geraubt, doch nach kurzer Zeit kann Temütschin seine Frau befreien und bald wird ihr erstes Kind geboren. Etwa 20 Jahre ist der spätere Genghis Kahn nun alt. Ein hochgewachsener Mann, breitschultrig, mit stattlicher Muskelkraft. Aus seinem Gesicht blitzen zwei katzengrüne Augen. Temütschins ziehen sich die Truppen des Genghis Kahn als unbesiegler. Berittene Bogenschützen sind die gefürchtetste Waffe des mongolischen Heeres. Reiter und Pferde sind gleichermaßen ausdauern. Die Steppenkrieger können sich einen Tag und eine Nacht im Sattel halten. Ihre Pferde kommen drei Tage ohne Wasser aus und finden auch in den unwirklichsten Gegenden noch etwas zu fressen. Die meisten Soldaten führen zwei Bögen mit sich. Mit dem einen sorgen sie aus der Ferne für einen Pfeilhagel, der, wie Chronisten berichten, den Himmel über dem Schlachtfeld verdunkelt. Der andere Bogen zerschlägt auf kurze Distanz jede Panzerung. Hinzu kommt eine mit langen Lanzen ausgerüstete schwere Kavalerie. Zu ihrem Schutz tragen die Soldaten des Genghis Khan einen gehärteten Brustharnisch aus Leder und mehrere Schichten Seide. Anders als bei eisernen Rüstungen sind so weder Blick noch Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Jeder Soldat trägt alles bei sich, was er braucht. Ein enormer logistischer Vorteil für Genghis Khan, waren doch seine Gegner bei der Versorgung ihrer Truppen auf die Unterstützung nahegelegener Städte angewiesen. Das mongolische Reiterheer ist alles andere als eine wilde Horde, sondern straff durchorganisiert. Die Truppen sind in Einheiten zu zehn, hunderttausend und zehntausend Mann gegliedert, ohne Rücksicht auf die Stammeszugehörigkeit des Einzelnen. Angeführt werden sie von Offizieren, die Genghis Khan selbst ernannt hat. So sind Alleingänge von Stammesfürsten ausgeschlossen. Neue Truppenteile können leicht integriert werden. Aus hundert besonders bewährten Berufssoldaten bildet er eine Art Generalstab, der ihn bei der Planung der Feldzüge unterstützt. Ziel der Mongolen ist es stets, die feindliche Schlachtordnung vor einem Angriff aufzulösen, sei es durch eine schnelle Abfolge von Attacke und Rückzug oder das Überhaupt versteht es Genghis Khan Kriegslisten geschickt einzusetzen, wobei ihm alle Mittel recht sind, wenn sie nur zum Sieg führen. Als er einmal die Stadt Wolohei belagert, verspricht er den Abzug. Er erbittet sich als Kriegsbeute lediglich Katzen und Schwalben. Kaum haben die Mongolen die Tiere erhalten, zünden sie diese an und jagen sie zurück in die Stadt. Wolohei brennt nieder und kann von den Mongolen leicht genommen werden. Gegenüber den islamischen Reichen des Westens betreibt Genghis Khan lange Zeit eine freundliche Politik, da er durch seine Berater und Kaufleute um deren wirtschaftliche und militärische Stärke weiß. So kommt es zu einem Aufblühen des Handels. Endlose Karawanen mit wertvollen Gütern ziehen über die Steppen und Gebirgszüge. Am bedeutendsten ist das Reich der Charismia, das sich vom heutigen Afghanistan bis in den Iran erstreckt. Im Jahre 1218 schickt Genghis Khan eine hochkarätig besetzte Gesandtschaft, um das friedliche Verhältnis mit den Charismian zu pflegen. Die Mongolen führen wertvolle Geschenke mit sich. Am Hof des Schah werden sie zunächst gebührend empfangen. Doch bereits in der zweiten Nacht ihres Besuchs geschieht etwas bis heute Unerklärliches. Die mongolischen Gesandten werden ausgeplündert und bis auf den letzten Mann ermordet. Als Genghis Khan die Nachricht erhält, ist er außer sich vor Wut. Seine Politik der guten Nachbarschaft und offenen Tür ist gescheitert. Nun holt er zum Gegenschlag aus. Auf einer großen Versammlung der Mongolen wird der Feldzug gegen die Charismia beschlossen. Mehr als ein halbes Jahrzehnt wird der Feldzug gegen die islamischen Reiche dauern. Die Mongolen sind gezwungen, Städte mit mächtigen Befestigungsanlagen einzunehmen. Für die Steppenreiter eine große Herausforderung. Und dennoch fällt eine Stadt nach der anderen in die Hände der Mongolen. Nicht wenige kampflos. Denn gezielt schneiden die Truppen des Genghis Khan die Städte von der Versorgung mit Lebensmitteln ab. Bei der Erstürmung von befestigten Städten können die Mongolen auf Angriffsmaschinen und Schwarzpulver zurückgreifen. Ingenieuren aus dem eroberten China sei Dank. Überlieferungen wie ist es den zersprengten Stammesverband seines Vaters wieder hinter sich zu scharen. Er weiß, dass er hierzu einen Schutzherren und Verbündeten braucht und wendet sich an einen engen Freund seines Vaters den Fürsten des Keraiz Stammes. Seine militärische Karriere beginnt somit als Krieger Vasall eines benachbarten Stammes mit dem er den gemeinsamen Feind bekämpft. Die in den Randgebieten der mongolischen Steppe lebenden Tataren. Einerseits legt Temüchin unerbittliche Härte gegenüber seinen Feinden an den Tag, andererseits beweist er diplomatisches Geschick, wenn es um das Schmieden von Bündnissen geht. So gelingt es ihm nach und nach seine Gegner auszuschalten und seinen Machtbereich ständig auszuweiten. Von allen Seiten schließen sich ihm Männer an, die sich unterstellen. Der unaufhaltsame Aufstieg des Temüchin zum Genghis Khan hat begonnen. Im Jahr 1201 gelingt Temüchin der Sieg über seinen schärfsten Rivalen unter den Mongolen, Djamutia, mit dem er sogar in Blutsbruderschaft verbunden ist. In den folgenden Jahren besiegt er endgültig die Tataren und unterwirft andere benachbarte Völker, darunter den Keraidstamm, mit dem er sich ja anfänglich Damit ist es Temüchin gelungen, die Stämme der mongolischen Steppe zu vereinen. Mit der Ausrufung zum Genghis Khan erkennen ihn alle Stammesfürsten auch offiziell als ihren obersten Anführer an. Er gebietet nun über ein hunderttausend Mann starkes Heer. Noch beschränkt sich sein Machtbereich auf die mongolische Steppe, die sich von den nadelwäldern der Taiga im Norden bis zu den zentralasiatischen Wüsten im Süden erstreckt. Im Westen grenzt das Herrschaftsgebiet der Mongolen an mächtige islamische Reiche, im Osten an die jahrtausendealte chinesische Zivilisation. Zügig baut Genghis Khan ein straff organisiertes zentral ausgerichtetes Staatswesen auf, das die alten Stammesverbände und Clans ablösen soll. Nicht nach Herkunft, sondern nach Verdienst und Leistung belohnt er seine Gefolgsleute. Dass nun jeder in den Genuß einflussreicher Stellungen und hohen Ansehens kommen kann, ist ein zusätzlicher Ansporn für die mongolischen Krieger. Das Volk schätzt seine Ehrlichkeit, seine Gerechtigkeit und Großzügigkeit. Im Gegenzug erwartet der Mongolen Kaiser unbedingte Treue und Loyalität. In Peking residiert der goldene Kaiser des nordchinesischen Qin Reiches. Dessen Tribut Pflichtiger Vasall ist das mongolische Volk. Doch das soll sich schon bald ändern. Genghis Khan fühlt sich mächtig genug, seine Vasallenrolle aufzukündigen. Als ein chinesischer Prinz erscheint, um den jährlichen Tribut einzuziehen, schickt ihn Genghis Khan unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Das Verhältnis zwischen Chinesen und Mongolen wird immer feindseliger, zumal der zurückgewiesene Prinz einige Jahre später den chinesischen Kaisertron besteigt. Im Jahr 1211 kommt es schließlich zum offenen Kampf. Das Reich der Chinesen ist wohlhabend und geprägt von einer hochentwickelten Kultur. Seine Menschen betreiben Ackerbau und Handwerk, viele leben in befestigten Städten, die Mächtigen wohnen in prächtigen Palästen. Angelockt von diesen Reichtümern fallen seit Jahrhunderten kriegerische Nomadenstämme auf Raubzügen in China ein. Mit dem Bau der großen Mauer wollen die Chinesen ihr Reich vor den in ihren Augen barbarischen Horden schützen. Für Genghis Khan und die Seinen stellt die große Mauer jedoch kein bedeutendes Hindernis dar. Das mongolische Reiterheer durchbricht die Mauer und überrennt in der Folge Stadt um Stadt. Im Jahr 1215 nehmen sie schließlich die Hauptstadt Peking ein und stoßen sogar bis nach Korea vor. Auf seinem Kriegszug in Osten geht Genghis Khan in jeder Schlacht als Sieger vom Feld. Das wird auch für seine späteren Eroberungen gelten. Dabei sehen sich die Mongolen Nationen und Truppen gegenüber, die ihnen zahlenmäßig oft weit überlegen sind. Genghis Khan selbst bringt wahrscheinlich nie mehr als 200.000 Mann in Kampfbereitschaft. Woher kommt also die Überlegenheit der Steppenreiter? Wieso erwartet Folgende zeigen, dass Genghis Khan ganz bewusst Terror als Mittel der psychologischen Kriegsführung einsetzt? Er selbst ist es, der die Eroberung der bedeutenden Handelsstadt Bukhara anführt. Voller Panik fliehen die überlebenden Bewohner in die große Moschee der Stadt. Dicht gedrängt harren sie zitternd auf ihr Schicksal. Da baut sich Genghis Khan hoch zu Ross vor ihnen auf. Eine tödliche Stille macht sich breit, als der Mongolen Kaiser seine Stimme erhebt. Fragt ihr, wer ich bin? ruft er der eingeschüchterten Menschenmenge zu. Ich bin die Geißel Gottes, die Rache des ewigen Himmels. Ich bin gekommen, euch zu zerstören. Seine Rolle als Geißel Gottes, das grausame Schicksal der Völker, die es gewagt hatten, sich ihm zu widersetzen, all das soll bei seinen Feinden Angst und Schrecken auslösen. Die Botschaft ist klar. Sich unterwerfen oder sterben. Bald ist der Widerstand der muslimischen Reiche gebrochen und das mongolische Heer zieht weiter nach Westen. Teile der Truppen des Genghis Khan überqueren die Pässe des Kaukasus und erreichen die Steppen im Süden Russlands. Europa. Im Jahre 1223 vernichten die mongolischen Reiter am Kalka-Fluß ein russisches Heer. Dann ziehen sie sich aber wieder zurück. Der eigentliche Mongolensturm auf Europa wird erst die Nachfolger Genghis Khans bis vor die Tore Wiens führen. Die Eroberungen des Genghis Khan sind wohl weniger Umsetzung einer überlegten von langer Hand geplanten Strategie, sondern Folge vermeintlicher politischer Notwendigkeiten. Doch der Mongolenkaiser handelt klug und versteht es, die Ereignisse für sich zu nutzen. Seinen Erfolg verdankt er der strengen Disziplin seiner Truppen und seiner berechnenden Grausamkeit ebenso wie seiner Listigkeit und seiner Fähigkeit treue Gefolgschaft zu gewinnen und zu erhalten. Nicht nur als Feldherr, auch als Staatsmann stellt er seine Fähigkeiten unter Beweis. Er ist entschlossen und zielstrebig, jedoch nicht starrköpfig und in religiösen Dingen sehr tolerant. Genghis Khan schätzt den Rat anderer gleich welcher Herkunft. Eine tragende Rolle spielen von Anfang an die Uiguren. Um ihrer drohenden Unterwerfung zuvor zu kommen, hatte sich der hochentwickelte Kleinstaat früh Genghis Khan angeschlossen und den Mongolen damit ein gewaltiges Reservoir an staatlichem, militärischem und religiösem Wissen eröffnet. Später nehmen auch Beamte chinesischer oder muslimischer Herkunft Spitzenpositionen ein. Genghis Khan weiß, er braucht deren Wissen und Erfahrung für den Aufbau und die Festigung der mongolischen Macht. Ab 1220 hat das Mongolenreich auch eine befestigte Hauptstadt Karakorum übersetzt Schwarzer Sand. So gut organisiert Genghis Khan sein Reich, dass es noch eine Generation später heißt, ein Reisender könne ohne Gefahr das riesige Reich vom einen bis zum anderen Ende durchqueren. Im Jahr 1227 stürzt Genghis Khan bei einem Reitunfall vom Pferd. Ein paar Tage später, es ist vermutlich der 18. August, erliegt er den schweren inneren Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hat. Sein Bestattungsort in der mongolischen Steppe wird von den Pferden von tausend Reitern eingeebnet. Bis heute wurde die Grabstätte des großen Genghis Khan nicht gefunden. In der Erinnerung der besiegten Völker steht der Name Genghis Khan für einen grausamen Eroberer. Die Mongolen dagegen verehren ihn bis heute als Einiger der Nation und als Friedensstifter. Als Genghis Khan stirbt, erstreckt sich sein Reich vom chinesischen Meer im Osten bis zum kaspischen Meer im Westen, ein Gebiet doppelt so groß wie das heutige China. Es ist das größte Reich, das je ein einzelner Mann in der Spanne seines Lebens erobert hat. Jeanne d'Arc 1412 bis 1431 Rom 16. Mai 1920 Unzählige, vor allem französische Gläubige, haben sich im Petersdom versammelt, um der feierlichen Heiligsprechung von Jeanne d'Arc durch Papst Benedikt XV. beizubohnen. Das Mädchen hatte während des 100-jährigen Krieges Stimmen heiliger empfangen und schließlich zum Sieg der Franzosen über die Engländer beigetragen. Von der Inquisition 1431 zu Unrecht zum Tode verurteilt, gilt dieser Festakt Anfang des 20. Jahrhunderts auch als Schuldeingeständnis der katholischen Kirche. 1412 wird Jeanne als Tochter des Bauern Jacques Dark und dessen Ehefrau Isabel in Domremy geboren. Zusammen mit ihren drei älteren Brüdern verlebt das Mädchen eine bescheidene, aber zufriedene Kindheit. Jeanne, die von ihren Eltern liebevoll Jeannette genannt wird, gilt als hilfsbereit, fleißig und sehr fromm. Gerne hilft sie ihrer Mutter bei der Hausarbeit oder hütet Schafe auf einer nahegelegenen Weide. Regelmäßig besucht die Familie Gottesdienste in der kleinen Kapelle, in der Jeanne auch getauft wurde. Erziehung und Ausbildung des Mädchens liegen in den Händen der Mutter. Von ihr lernt sie neben den Grundlagen des katholischen Glaubens auch alles, was zur Führung eines guten Haushalts erforderlich ist. Während Jeanns Kindheit tobt in Frankreich der hundertjährige Krieg. Anlass dieser Auseinandersetzung zwischen Frankreich und England ist ein Thronfolgestreit. Nach dem Aussterben der Kapetinger, die bis 1328 in Frankreich regierten, erhebt der englische König Edward III. Anspruch auf den französischen Thron. Gleichzeitig sieht sich aber Philipp VI. als rechtmäßiger Erbe, da er aus einer Nebenlinie der Kapetinger stammt. Zwischen Edward und Philipp kommt es zu Auseinandersetzungen, die 1339 zum Beginn eines Krieges führen, der über Generationen nicht beendet werden kann. Immer wieder finden erbitterte Schlachten auf französischem Boden statt, aus denen die Engländer fast jedes Mal als Sieger hervorgehen, wodurch sich ihr Machtbereich auf dem Festland stetig vergrößert. Nach mehreren Machtwechseln scheinen die Engländer Frankreich 1420 endgültig in ihren Händen zu haben. Der letzte bedeutende französische König Karl V. war tot, und sein Sohn Karl VI. galt schon seit seiner Kindheit als schwachsinnig. So ist es für König Heinrich V. von England ein leichtes Karl VI. davon zu überzeugen, seinen Sohn Karl VII. als illegitim erklären zu lassen und den Engländern somit endgültig die Herrschaft über den größten Teil Frankreichs zu übergeben. In Jeans Heimat Domremy spielt der Krieg keine allzu große Rolle. Zwar kommt es ein, zweimal vor, dass englische Truppen in den kleinen Ort im Lothringer Wald einfallen und die Bevölkerung flüchten muss, aufgrund seiner Bedeutungslosigkeit ist Domremy aber niemals Zentrum des Kriegsgeschehens. Erst als klar wird, dass Frankreich den Krieg verloren hat und der rechtmäßige Erbe Karl VII. keine Möglichkeit hat, den französischen Thron zu besteigen, rührt sich in Jeans Heimatdorf ein neuer Patriotismus, von dem auch das Mädchen ergriffen wird. Tief in ihrem Glauben verwurzelt, betet die kleine Jeanne für die Befreiung Frankreichs und ist felsenfest davon überzeugt, dass trotz aller Aussichtslosigkeit die Gerechtigkeit siegen werde. Als Jeanne 13 Jahre alt ist, hat sie ihre erste Erscheinung. Sie hört die Stimme des Erzengels Michael. Die Stimme kam ungefähr zur Mittagszeit, im Sommer, im Garten meines Vaters, erzählt sie später. Die Stimme erschien mir erhaben und ich glaubte, dass sie von Gott geschickt war. Und nachdem ich sie dreimal gehört hatte, erkannte ich, dass es die Stimme eines Engels war. Diese Stimme hat mich immer geleitet und ich habe sie immer gut verstanden. Sie hat mir gesagt, dass ich mich gut zu führen und oft in die Kirche zu gehen habe. Von nun an hört Jan regelmäßig Stimmen.